Du Hinterrad, ich könnte langsam ein bisschen Bewegung brauchen. Vor der Rad, du bist wohl eifersüchtig. Ich hänge nun mal da nie. Ich verstehe ja, dass man sich drin wohlfühlt, aber... Jetzt wird's gehen. Typisch, wir dürfen uns wieder ausbaden. Aber dafür haben wir doch unseren neuen 2,3 Liter Motor. Der Ford Galaxy. Die clevere Alternative. Ford. Die tun was. Muss Liebe schön sein. Der Ford Galaxy.